schnell heute kann man ja gar nicht auf die Portage schnell und weg ich glaube ich bin das gerade ziemlich unpassend heute ich sehe auch gar nicht Leo los bei der jährlich ja wie denn hier sind also seid ihr Kölner das ist von Wies das Problem ist dass ich nichts sehe es war einfach bei der Scheren Partei aber auch ein Zambi 1 und wo ist nicht mehr einst du in der Zeit das Volk ausgehen ich bin schon wieder ich muss schon wieder managieren oder auch mein Gott wer wird werden und ein Plus blinkt beim Blut dann muss man in der Welt aber nicht ja noch 4000 AP so gehen wir jetzt sind jetzt ist Tobi nicht mehr ins Geil Eishans kommt nicht mehr legt euch mal hin diese ist er nicht mehr ins Geil ich meine weil sich um der ist auch immer raus wo ich muss was essen und was trinken hat jemand von euch was hat jemand von euch was zu essen was zu trinken und zu irgendwer so krank ich glaube nur so krank kann ich die paar Armee lassen auch eine Poste ich habe auch noch eine Poste Tasche oder was in der Tasche Pasta und ich habe noch einmal Biomieter aber davon kann man krank werden über den Ebenen schlank es war ein bisschen hätte man hätte ich gar nicht aus der Kommission ist nicht die laufen da vor der Scheune rum Tobi die sehen uns nicht bei uns kommen direkt auf uns zu Tobi kann ich ne Pepsi ja nimm danke aber essen brauchst du doch selber bestimmt wir finden noch was aber jetzt mal Prozent Richtung Händler gehen oder was muss doch noch essen aber ich würde das noch ein zweiter Laufmestor Richtung Händler wo ist denn der ziemlich weit weg wir können nach Starry gehen das ist der nächste glaube ich oder nach der City Clan Trader City Clan wo sind wir denn jetzt gerade oder 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 Fabrik markiert jemand da wo der Dingens ist markiert jemand da wo der Dingens ist warte doch mal ist doch unter Orlevis was willst du denn? Solnichi oder was? Fabrik ja wo ist denn die Fabrik da? pass auf ne die Zombies sind schon hier ich sehe die Fabrik aber nicht ne die Zombies sind gleich bei dir ja dann führ du uns da einfach hin ja mach ich ja das wie weit ist das? und da zieh mal auf die zieh mal auf Tobi wie weit ist das? äh 700 Meter ich verstanden da gerade eben heftig selbe den Arm Chopper oh oh, ist Chewie, aufpassen naja, aber der würde sich sehen denk ich mal also wenn es ein MPC ist sowieso nicht und wenn es ein Spieler ist, kann der es glaube ich nur schwer sehen bei der Tumpe sein naja muss laufen, muss man ein bisschen teilen da muss man ein leichtes ziehen ja das stimmt das ist schon gut das ist aber auch ein MPC alter ich weiß gar nicht wie viel Platz ich noch auf meine Festplatte habe ne wenn die Aufnahme einfach ausgeht wissen wir, dass die Festplatte voll ist hast du nicht da ein Problem? ja also ich habe noch den alten Standort markiert ne ja ich auch diese Seite so viel schneller als ich das ist immer je nachdem was für eine Waffe du in der Hand hast wenn deine Waffe schwerer ist, bist du auch langsamer du wechselst einfachst äh was soll ich sagen, was meinst du mit Problem Tobi? wenn die Festplatte voll ist, geht einfach die Aufnahme aus, mehr ist nicht ja ich mein wegen Rendern na dann muss ich halt Rendern, ja ja aber du hast doch kein Netz mehr auf der Festplatte äh ja da muss ich erst was hochladen aber ich glaube die Aufnahme geht auch schon ein paar Gigabyte aus, bevor die voll ist natürlich und ich glaube zum Render bräuchte nur mindestens 1, also höchstens 1,5 Gigabyte Platz wir hätten müssen wir ja noch immer weiter und weiter meine Bäder ich sehe nichts mehr, Alter, ist so dunkel jetzt ist er noch Zombies hinter uns her? nein so warte mal ich stehe jetzt mal die Brightness hoch eigentlich Game Options Grafik Helligkeit oder Gamma? Helligkeit Gamma sieht scheiße aus, wenn es hell hoch machst ganz hoch, ne? hat sich gar nicht so aber wie ich hab den Gamma? in der Mitte genau in der Mitte genau in der Mitte genau Magic Quades Anlass und Leibergant Pro äh wie kann man dann wieder voll heilen wegen Blut und Schmerzen und so Bloodback kannst du aber glaub ich hier auch selber machen Bloodback müssen wir auch holen ja weiterlaufen kann ich immer grade auslaufen Tobi? gut ich bin nämlich schon vorgelaufen hab ich grad gesehen kannst du mir mal sagen wo wir hinwollen also wirklich da wo wir jetzt grade sind wollen wir hin ich bin jetzt genau in Factory aber wir sind ja schon da ich gehe hier in diese Scheune in die Lange ich könnte eigentlich jetzt voll OP Snipern halten bei dem Auto könnte mal jemand gucken gehen ja geh schon ich bin schon underway ich geh hier in die Scheune hoffentlich seh ich da drin was alter lockt da schießt jemand da schießt jemand könnte ein Bandit sein so wie der rum ballert ok hier ist in der Scheune wenigstens ein bisschen Licht ich geh in die Scheune rein ne in die Lange in der Lange bin ich super mega sprung Alter ich seh nichts ne das ist sowas von behindert hier muss doch irgendwo der kleine Raum sein ah ja hier ist er ja Zelt ok sieht nicht so aus wenn hier was liegt also hier liegt ne Lee Endfield die ich gar nicht mal die ich nicht mal sehen kann alter was ist das? hier Leitpult was ist das denn? Leute hat jemand ne Workbench gebaut ach so ne Birne hab ich gefunden ne Glühbirne lol ich schießt jemand möcht' dir mal ne Whiskypulle ich hab mir ne Whiskypulle genommen brauchen wir nicht das wegschmeißen dafür kriegste ein Kupferglaubig und der ist runtergeflogen der ist runtergeflogen bist du ohnmächtig? ja so ne Zeitur ist da warte ich kontagier dich ich hab Bein gebrochen ja super ja ich hab EpiPens aha gut bei mir EpiPens braucht man dafür gar nicht Morphium Morphium braucht man also Morphin du drehst dich bei mir die ganze Zeit ich auch äh bei mir auch jetzt liegste Körper ziehen kann ich ja machen hier liegt ne Saiga 12k mit Muni aber die hätten wir ja eben schon mitnehmen können wenn wir mal gewollt hätten wo seid ihr denn jetzt? in dieser kleinen Scheunung ok komm pass auf ich bin das ja Schmerzmittel warte ich vorsicht da kommt ein Zombie ich töte den er ist nicht mehr bewusstlos ne ok ich töte ihn nicht weil ich hab nur ne laute Waffe ah er kommt hier nicht rein ok hier ist nichts drin hier ist ein Zelt wir haben Muni? ach hier war ich doch schon in dieser Scheune war ich doch schon ey hier war ich schon drin leute wir können mich hier nicht so liegen lassen ah halt selbst ich bin jetzt verletzt du bist jetzt verletzt warte mal bleib mal liegen ja wir können jetzt eigentlich nichts machen ne ich kann dir nur Painkillers geben aber es bringt nichts wir müssen dich zurücklassen Loris du musst leider sterben warum bist du nicht runtergelaufen? wir können doch in die Stadt was ist denn jetzt? bist du hier ohnmächtig? dann hast du voll wenig Blut dann bist du sowieso schon erledigt wie viel Blut hast denn du? ja das soll dich töten gib ihm den Gnadenschuss ja jetzt dreht er sich auch noch ja gut ah passt auch meine Sachen auf ne ich frag den mal rausgarten Tobi weißt doch ob ich gesagt habe ich gebe ihm den Gnadenschuss damit du deine Humanity verlierst und nicht ich und jetzt brauchst du AK Money dabei ja der hat einfach alle Money eingesteckt die er gefunden hat vor allem hier Empty Whiskey Bottle weißt du ich nehme mal die Painkillers M9 Money du hattest doch M9 Money ist sehr bekloppt alter ja die hab ich grad gefunden ja ja du hast du schon die ganze Zeit dabei gehabt alter weiß ich gar nicht aber vorhin konnte ich nicht schießen haben wir eine Toolbox von Anfang an? ja ich hab gerade Schüsse gehört ich bin im Factory gespawnt ey dann hast du gut schaut die Schüsse kommt von links glaubst du ich bin mal an der Scheune nein ich hab keine Ahnung ich bin noch nicht gespawnt von da um wo kamen die Schüsse warum bist du warum steht der hier über Neo Neo wie LP Good Leader was? das ist nur so du bist Group Leader ja ja normal bin ich Group Leader ich bin der Beste ich bin der Beste Daisy Spieler DZ ja da ist ja noch eine Scheune oder war ich da drin? da war ich glaub ich drin so jetzt Tobi ja du bist jetzt da runter ich bin ein Tschernogros oder so n Dreck ok wo rennt du hin Tobi? Toilettenpapier ich dachte wir waren ins Industriegebiet du redest aber irgendwie in die Falschrichtung oh lol ich hätte grad ein bisschen leck ihr seid in Factory ne? ok das umrächtig wo geht jetzt genau hin? Sonichi nein wir bleiben hier achso ja wir sind aber in der Nähe von Sonichi lieber Sonichi hä meine Karte öffnet sich nicht M die Schüsse werden immer lauter hier ist wieder einer genau wie vorhin da war hier auch einer hast du Muni? ja ich hab aber nur meine äh große Waffe ne? ja ist gut Bison gerade die brauchen wir ja Alter da kommt ein Zombie angerannt ja ich weiß ich dachte das wär was anderes boah ist echt heftig wie wenig ich sehe ne? Scheiße ich laufe grad mitten im Licht rum ja ist doch gut nein das ist gar nicht gut doch dann seh ich dich wenigstens aber der andere Typ sieht mich auch oh ich seh'n scheiße hä was ist denn jetzt mit mir los? warum seh' ich alles so orange? wo siehst du ihn denn? bei den Schienen hä was denn jetzt kaputt? ja ich seh' auch ja wir sagen ich hab' ihn anzuschießen warte das ist gerade hingelegt ja hallo guck nach Zombies ne? was ist das Vision was ist das? Drey ist gerade Alter pass auf da kommt vor viel Zombies Herr Bruder denn hier sind keine Zombies Tobi nein hallo jetzt kommt einer was denn? warum hab' ich denn einen Anzug an? weiß ich noch nicht hä? schießt du? ja auf den scheiß Zombie der hier rumläuft aber der stirbt einfach nicht Leute wie viel Monie braucht man denn für so'n scheiß Zombie? ist auf ich bin hier jetzt ist er tot glaub ich ich will nicht wissen wie viel Zombies du jetzt angelockt hast ja vor allem will ich nicht wissen wie viel Monie ich verballert hab dafür okay der Typ ist nicht mehr da oh fuck oder kommt noch einer schnell in das andere Gebäude rein ich sehe ihn nicht ich hab' keinen Schock mehr ich hab' nen scheiß Anzug an warum? ist doch scheißegal was hat man nen Anzug an? ist doch scheißegal drück' mal ON äh N wir leg'n Blatt weg nice Gnadenschuss war unnötig ich hab' ein gebrochenes Bein ja hätte eh nix gebracht das Blatt weg ich glaube ich bin Zombie hä? ich laufe rum wie einer habe so Hände machte man ein Screenshot ich hab's gefunden kann ich's da nehmen ich hab's gefunden ist doch voll macht man ein Screenshot mit F2 ne? F12 Fuel Barrel noch besser ja aber dann fällt's dann dauernd um ne? ja aber dabei ist viel mehr drin du kannst den den kannst da nehmen ich bin gar nicht mehr bei dir ich weiß gar nicht wo du bist ja ok warte ich bin Zombie ey warum bin ich ein Zombie? ja beides random bestimmt ist weil du wahrscheinlich infiziert warst ja und jetzt? ja hast du jetzt keine Waffe oder was? nö hä? das gibt's auch? ja lol dann musst du dich töten müssen einfach Tobi wo bist du jetzt? warte ich komm schon wieder raus ich weiß ja nicht mal wo du bist das bringt mir nix wenn du raus kommst ich bin ich geh dahin wo wir eben waren ok da bin ich jetzt auch hin unterwegs und mit ein paar Zombies im Schlepp bin da wieder drin da ich glaube ich hab dich gerade gesehen ja ich seh dich auch ich pack den Kanister hier wieder hin aber ich seh da drin nichts ne? ach den Kanister siehst du ja schon normal ja der lässt dich am töten du hab weisen da ganz toll der schießt auf uns der schießt auf uns wo ist der? ich hab den nicht genau gesehen